Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend. Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Jetzt sind wir noch nicht unter dem, dass sie eine Floresin senden und kreuziget. Sie werdenenzulernen und die Floresin bendieren. Werden Sie jetzt einfach mit der Floresin hungern. Die Floresinter hat über Beteilige. Die Floresinter hat über Beteilige und Erk descreifft. Hier ist die Floresinter auf der Ende des Floresinter. Die Floresinter hat überflıyorlar. Die Floresinter sind die Floresinter. Wenn du so scharf auf den Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Prost. Es tut mir leid. Es tut mir leid.